Liebe RW-Fans, hier ist der Winko und der Jakob. Wir zeigen euch jetzt unsere Saison-Highlights. Viel Spaß dabei! Für mich einer der Saison-Highlights war das Spiel in Dresden. Es war mein 100. Pflichtspiel für RW, also auch ein Jubiläum, 2 zu 2. Am Ende ein sehr, sehr erkämpfter Punkt, aber für mich ein sehr schönes Spiel gewesen. Zwar zwei Gegentore bekommen, aber es war auf jeden Fall viel los. Ich glaube, auch an jedem Auswärtsfahrer war es ein Erlebnis. Können wir uns jetzt gerne nochmal hier anschauen. Let's go! Das eine oder andere Mal, wo ich da angeschossen wurde. Das war, glaube ich, mit einer der ersten Aktionen im Spiel. Ja, er war dankbar. Jetzt sind wir hier. Da geht er nach innen. Ja, er muss dann besser verteidigen, darf er nicht nach innen lassen. Das ist schlecht. Also ich sage schon mal, von vorne weg, ich habe noch nie ein Spiel erlebt, wo ein Torhüter so viele Paraden gemeistert hat. Deswegen Chapeau an Jake, auch wenn er sich jetzt pusht. Das war es schon. So viel war es doch gar nicht. Nein, das ist eine Frechheit. Da drin waren 380 Paraden in diesem Spiel und die zeigen einfach drei Paraden. Das ist eigentlich ein Skandal. Aber gut. War ein vernünftiges Spiel, aber zwei Gegentore. Das war zu viel. Bitte. Ohne dich hätten wir zwölf gehabt oder so. So, ein weiteres Highlight aus unserer Saison war für mich natürlich das Hinspiel in Duisburg. Der Spielverlauf, die vielen mitgereisten Fans, Essener Fans. Ja, einfach ein sehr besonderes Spiel. Und der Spielverlauf natürlich auch. Über weite Strecken die bessere Mannschaft gewesen. Aber mit dem besonderen Spielverlauf war das natürlich ein absolutes Highlight. Oh, das ist das Tor von Marvin. Ich sehe schon. Zack in die Mitte. Kurz den Messi ausgepackt. Oh, mit links dann. Boah. Bam! Boah, ich weiß noch die Stimmung. Man hat gedacht, man spielt zu Hause. Ja, das ist ein Spiel. Das war alles krank. Das coole war tatsächlich, dass wir beide Tore auf unsere Kurve geschossen haben. Hat es natürlich nochmal schöner gemacht. Also beide Tore. Dann 1-0 geführt und natürlich das Spiel im Griff gehabt. Haben natürlich gedacht, dass wir einen Auswärtssieg einfahren. Derbysieg. Und dann Stichwort Winko Schapina. Eigentor. Schauen wir es uns mal an. Da würde ich auch gerne von hier meinem Kameraden wissen, ob er den nicht auch irgendwie rausfischen konnte. Aber ich habe gesehen, die Lücke war sehr klein, wo der Ball reinging. Ja, nach außen gelassen. Zack. Wahnsinn. Ich war auf dem Weg schon ein bisschen in die Mitte. Ich dachte, da kommst du nicht mal ran. Und dann geht er wirklich durch die zwei Zentimeter da durch ins Kurzwerk. Also auch mit so viel Zeitabstand noch ärgere ich mich über dieses Eigentor. Weil ich mir dachte, wir waren eigentlich die viel bessere Mannschaft. Und so ein Gurkentor jetzt führt zum Unschienen. Zu dem Zeitpunkt dachtest du nicht, dass du das Spiel noch abgibst. Und dann in der 89. war das. Da dachtest du echt, das kann nicht sein. Aber dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ja. Dann ging es ja noch gut aus am Ende. Also das ist, muss ich sagen jetzt, wenn man rein Momente, habe ich schon ein paar Mal gesagt, das ist der beste Moment aus unserer Saison, meiner Meinung nach. Emotional und alles drum und dran. Ja. Der ist in dem 16er. Und dann köpft Musi den ein. Mustafa Cuomo. Schaut euch den Jubel an. Schaut euch den Jubel an. Wow. Und die linke Faust. Die linke Faust ist dabei. Mega. War überragend. War ein Weltklasse-Tag, muss man sagen. Ja. Die Erleichterung in den Augen der Fans. Alles zusammen. Das Geschrei, die ganze Wand. Alles war rot. Toll. Top-Moment. Für mich, ja. Nächstes Saison-Highlight war das 2 zu 0 in Mannheim. Einfach von der Einstellung, Leidenschaft. Das war Hafenstraßenfußball. Und deswegen für mich absolutes Saison-Highlight. Auch sehr emotional gewesen am Ende. Einfach drei überragende Punkte. Und wir gucken uns das gerne an. Jetzt mal ganz kurz. Wie frech ist das in den zwei Saison-Highlights, wo ich nicht dabei war? Ja, siehst du, wenn du nicht dabei bist, lieb. Ist das nicht? Schauen wir uns an. Wow. Ne, gerne. Torben, Freistoß. Ja, guck mal. Jetzt Ende. Guck mal, wie er den ablegt mit dem Rücken. Zack. Ach, das war die legendäre Ablage von Ende mit dem Rücken. Ja, Torben macht ihn gut weg. Ja, ja. Torben war allgemein in dem Spiel richtig, richtig gut. Ja, und dann? In wie vielen Sekunden war es? Oh ja, historisch. Ich glaube, 14 Sekunden, ne? Einwechseln. Oder 17. Komm mal. Ball. Da fällt er nochmal hin. Oh, super Pass. Pledge auf den Kopf. Überragend auch. Bam. Rüber. Und Deckel drauf. Und jetzt achte nur auf den Jubel. Zlatan. Zlatan. Ja, war top. Ne, war ein geiles Erlebnis. In dem Spiel kann ich mich noch erinnern, Felix Götze auf der Linie, Enne auf der Linie. Da haben sich einfach alle reingeschmissen. Und deswegen war das für mich einfach so ein Symbolmoment für die Saison. Einfach von der Leidenschaft, die wir an den Tag gebracht haben, war das einfach überragend. Also mein absolutes Saisonhighlight, oder eins davon, war das Hinspiel gegen Preußen Münster. Stichwort 90. Minute, Führungstreffer und Heimsieg. Und ja, jetzt gehen wir mal in die Szenen rein. Schöner Ball. Hier kommt der lange Ball. Ich weiß nicht, das waren die letzten Minuten. Auch gut abgelegt. Steady legt ab. Bam. Und alle rasten aus. Die Stimmung war überragend, ne? Tatsächlich war ich schon auf der Bank. Ich hatte da, glaube ich, auch schon eine gelbe Karte und der Schiedsrichter hat mich schon zwei-, dreimal ermahnt. Es war auch ein sehr hitziges Spiel, ein sehr umkämpftes Spiel. Ich bin da reingerannt, wie alle anderen auch. Zur Eckfahne, toller Moment. Ich glaube, ich bin auch fast an die Mittellinie vorgelaufen, habe gejubelt. Es war der erste Saisonsieg, glaube ich, zu Hause. Es war ein überragender Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei den Saison-Highlights. Ihr konntet nochmal die Momente aufsaugen und genießen. Wir haben natürlich noch zwei Spiele vor der Brust, die wir beide gewinnen wollen. Und da gemeinsam Momente feiern. Aber ja, das waren unsere. Wenn ihr natürlich noch Momente habt von der Saison, lasst es uns gerne wissen. Schreibt es rein. Schreibt es in die Kommentare. Danke für die Unterstützung. Und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.